Die Abfahrt war die Königsdisziplin und jeder hat gehofft, dass es eine Goldene gibt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich es geschafft habe. Also nach Hause nach Österreich gebracht. Wer holt Sie 30 Jahre später wieder in Schladming nach Hause die Abfahrtsgoldene? Kröl und Zwindal ex Equo sage ich. Perfekt, danke Hattie, dir noch einen schönen Aufenthalt bei der WM und Gas geben wir den Skifahren. Ja, danke.